Moin moin, pünktlich zu Weihnachten kommt heute noch ein Unboxing und zwar zu einem Messer, was ich sehr schön fand und was auch wirklich ein bisschen teurer war. Und ich würde sagen, wir stellen es einfach jetzt mal vor. Die Kiste ist schon aufgemacht worden, ich habe gestern schon mal reingeguckt, es tut mir leid. Das ist also nicht der erste Eindruck, den ich heute haben werde. Egal, wir haben jetzt allererstes, was uns entgegenkommt, einen vielen Dank für Ihre Bestellung für Weihnachten. Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke, gleichfalls kann ich nur zurückgeben. Passt alles mit Ihrer Lieferung? Ja, es passt sehr gut mit der Lieferung. 5 Sterne weiß ich noch nicht, weil es gehört noch ein bisschen was anderes dazu als nur die Lieferung. Hier Amazon und nochmal Ebay kann man dann auch bewerten. Ich hatte es jetzt bei Amazon gekauft, falls noch irgendwas mich nicht zufriedenstellen sollte, soll ich mich dann halt nochmal an die wenden. Wenn wirklich irgendwas Schlimmes dabei ist, dann werde ich das auch machen. Gut, was haben wir denn hier noch drin? Müll und die Kiste selber. Okay. So, wir haben hier RUHIKE. Ready to make it. Okay, schön. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Art der Verpackung. Auch wenn es halt fast schon Standard ist, solche Verpackungen zu machen. Ich finde das immer noch schön. Vor allem mit dem Glanz-Effekt hier. Hier unten haben wir ein Barcode. Hier haben wir nochmal Service-Hotline, das Ganze und dann halt wo der Sitz ist. Hier haben wir nichts, hier haben wir noch ein Barcode. Und hier drüben haben wir nochmal das andere, was wir vorhin schon hatten. Und ja, wir machen das jetzt einfach mal auf. So, hier haben wir genau nochmal das gleiche. Hier Barcode. Hier nochmal das andere und hier noch mal das. Ist jetzt ein bisschen unnötig, die Verpackung, aber okay, kann man nicht ändern. So, und hier haben wir nochmal RUHIKE, ready to make it. Dann hier P128, das ist das Messer. Also die Bezeichnung des Messers, das Modell. Dann haben wir hier nochmal eine Funktionsweise von dem Messer. Hier ist der Frame-Lock. Es ist wirklich schön, eine Anleitung dazu zu haben, aber ich brauche sie jetzt nicht. Dann haben wir hier nochmal irgendwas auf Chinesisch oder so. Ja, und hier nochmal dann auf Englisch. Aber kommen wir jetzt einfach mal zum Messer. So, das ist das, worauf wir jetzt alle gespannt gewartet haben. So, holen wir es einfach mal aus der Verpackung raus. Wirklich sehr schön mit Schaumstoffeinlagen und so. Wir haben hier sogar noch was mit einem Lederband dran. Und zwar nochmal RUHIKE, ready to make it, das Logo. Auf beiden Seiten machen wir das einfach mal auf. Ich will das Band jetzt nicht kaputt machen, deswegen knurre ich das kurz auf. So, Band ist jetzt auf. Das hier ist das Messer. Und so sieht es dann im offenen Zustand letztendlich aus. Wirklich was, damit habe ich noch nicht gemacht. Ich habe noch nichts geschnitten. So sieht das jetzt aus. Es hat hier noch einen Backspacer, wie ich sehe. Und wir haben eine sehr fette Klinge. Was mir jetzt nicht so am Messer gefällt und was ich auch nicht bei Amazon so gesehen habe, ist der große Auf. Okay, das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil ohne Aufdruck sieht es wirklich schöner aus. Aber man kann es jetzt leider nicht ändern. Und wir machen es nochmal richtig auf. Und hier haben wir nochmal das Logo. Ne, ein anderes Logo. Und dann oben nochmal das von RUHIKE. Dann haben wir hier nochmal die Linienstärke. Dann haben wir hier nochmal P128SF. Das ist nochmal die Bezeichnung für das Messer. Und dann hier 14C28N Stahl. Und hier haben wir nochmal die Seriennummer. Also wirklich ein bisschen zu viel bedruckt. Kommen wir einfach mal zum Schärfetest. Oh ja, das ist scharf. Das ist verdammt scharf. Super schön. Hier hakt es ein bisschen. Liegt wahrscheinlich wieder mal am Papier. Und spitze ist es auch. Oh, das ist wirklich sehr schön. Kommen wir dann mal zu den Maßen. Wir haben ein Gewicht von 156 Gramm. Wir haben außerdem eine Klingenlänge von sage und schreibe 9,2 Zentimetern. Wir haben eine Grifflänge von 12,5 Zentimetern. Eine Gesamtlänge haben wir von 21,7 Zentimetern. Wir haben außerdem halt ein Klingenstahl von 14C28N Sandwick Stahl. Dann haben wir einen Griffstahl von 3CR14N Stahl. Hier haben wir eine Achsenschraube. Und dann haben wir hier die anderen Schrauben auch nochmal. Hier ist der Pocket Clip. Den man wirklich nicht zu straff gespannt hat, sondern man kann halt auch wirklich damit umgehen. Und hier drin sind die Schrauben für den Pocket Clip. Hier hinten kann man das mal verriegeln oder auch nicht. Hier ist die Schraube zu fest gespannt. Aber ist jetzt nicht schlimm. Und wir haben eine sehr schöne Performance. Ist ein echt super Teil. Und ich musste es bisher noch nicht ölen. Bin ja auch noch nicht dazu gekommen. Und was man hier auch sehr schön sieht, ist, dass man hier eine Kante hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie man hier auf die Klinge abrutschen soll. Ja, Jimpings haben wir hier auch nicht. Außer bei dem Frame Lock. Hier sieht man sie auch nochmal. Und ich muss sagen, das ist ein wirklich sehr schönes Messer. Auch wenn es halt bedruckt ist. Aber egal. Das wäre es dann auch schon wieder zu diesem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten.